Warum hab ich jetzt so'n komisches Visier? Hilfe! Äh, meine Maus ist kaputt. Ach, komm. Polizei. Können wir uns mal auf ein Spiel einigen? Aber von mir aus... ...verlass ich hier eben. Ich kann dir eh gerade im Befeld schon wappen sein. Lona, willst du den Livestream moderieren? Aber du warst... Du warst ne richtig größer. Ja. Du warst so groß, dass ich dich jetzt verpacken muss und richtig schütteln muss. Aber du wirst fliehen. Tschüss. Dann lassen wir dich fliehen. So, damit... Könnt ihr dann nicht die Spiele ständig wechseln, damit ich endlich das Infovideo machen kann, dass wir dort jetzt warten werden auf die anderen. Oh, wir sind ja schon in der Aufnahme. Hallo, meine fertigen Freunde. Denn das ist nur ein kleines Infovideo für euch. Wir werden gegen 22 Uhr live sein in... Wie heißt das Spiel? Prisoner is live. Also, kommt vorbei. Werdet Häftling oder Wache, whatever. Und habt drei bis vier Stunden eine tolle Zeit mit mir und dem Lucky Fox. Sag hallo. Moin. Moin Meister. Kommt online. Wir sehen uns um 22 Uhr. Pünktlich 22 Uhr. Moin Meister. Sonst Qualitas. Bist.